Ja, auch heute gibt Jesus nicht nach mit den Gesetzeslehrern. Wir hören eine weitere Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Wie euch Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Die Aufgabe des Glaubens ist für mich aufzuschließen, auch zu erschließen. Damit sind wir mit unserer Taufe nicht nur befähigt, sondern auch beauftragt. Wir als Christinnen und Christen, dass wir Menschen etwas erschließen, dass wir ihnen beim Verstehen helfen, dass wir ihnen helfen, Erkenntnis zu gewinnen, auch in unserem Glauben. Aber es geht auch darum, Menschen etwas aufzuschließen, eine Tür aufzumachen. Das hat Jesus Christus immer wieder getan, Zukunft eröffnet, eine Chance gegeben. Noch einmal, das ist deine letzte Chance. Diese Aussage gab es bei Jesus Christus nicht, weil er immer wieder gesehen hat, wo ist noch eine Tür, die ich noch aufmachen kann für einen Menschen. Das ist das, was ich unter Aufschließen auch verstehe. Immer wieder Möglichkeiten zu sehen, dass ein Mensch Zukunft gewinnt, dass ein Mensch einen Ort hat, an dem er leben kann, dass ein Mensch Zeit hat, für Menschen Perspektive schaffen, eine Aussicht schaffen, eben in Hoffnung, in Zukunft, aber auch in Vertrauen. Nicht nur heute, sondern das ist unsere Aufgabe als Getaufte, immer wieder und eben auch zu jeder Zeit. Mit diesem Auftrag möchte ich Sie erinnern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.